Ich warte auf dich. Alle hätten mehr proben. Oh Gott, das bist nicht du, oder? Ist das schon wieder dieser komische Kerl? Wer ist das? Oder bist du aus Wolfi? Du weißt, ich bin nicht mal im Raum. Ich war für mich schon so komischer Kerl. Peri, komm zu mir. Das liegt wahrscheinlich daran, dass du in dem offenen Raum bist. Ich weiß, aber ich will der Peri das nur einmal kurz zeigen. Jetzt bist du da. Oh Gott, meine ich. Das ist fast wieder Horror-Map. Ich habe ja nur so Füße gesehen. Hallo Peri. Ich habe auf dich gewartet. Na, ich habe dir Blümchen mitgebracht. Oh. Dankeschön. Die Blümchen sind größer als dein Kopf. Ähm. Aber das ist Wolfi, oder? Ja. Und da ist eine sehr merkwürdige Turtle. Ja, das meinte ich ja. Gut. Das ist wahrscheinlich so einer, der beim Sex immer so da hat und zuguckt. Ich habe mir vorhin schon so gewartet und auf einmal kommt da einer um die Ecke und winkt mir. Aber nein. Nein. Okay. Wir gehen zu der Map, wo ich eigentlich hinwollte. Das führt das hier zur Grundidee. Ja, ich bin Mügel. Ja, ja. Mich neulich noch ankacken gegen Spiegel, aber selber will ich haben. Ja. Ich habe den Raum vorhin gefunden. Ähm. So. Ich gehe mal da, wo ich eigentlich hinwollte. Ich gehe jetzt hier hin und höre schon mal die Regeln. Inversion der kleinen perversen Zwerge. Also. Regeln. Spiele das Radio und hört zu. Und dann start das Game, nachdem du fertig bist, mal zuhören. One, two, one, two, three, four. Mach mir hier kein Copyright Zeugs rein. So. Äh. Da ist, oh. There is Copyright Music. Well, only from Games. But yeah, just, äh. Just a heads up, okay. Hm. Jetzt gehören ja, wer Uni von mir subordiert. Mache ich jetzt den Ton von diesem Spiel aus? Äh, würd ich. Würd ich. Okay. Leg andere Musik später drunter. Ja. Goodbye, Perry. Komm mal her. Ich habe hier Fesseln. No. Was denn hier? Ja. Schöne Kettenspielchen hier. Das kann ich jetzt nicht hören, weil ich die Musik ausgemacht habe. Warte. 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 Ach, der labert nur, wie lange er an dem Spiel arbeitet und so. Und so. Ich glaube, es ist Zeit, es ist, äh, Uplorren jetzt. To the world, weil ich bin zu leid, zu Uplorren. Ich war so schade, zu schorten. Anyway. So. Die Regeln sind einfach. Die Regeln sind einfach. Sie haben nur ein Licht. Sie haben nur ein Licht. Sie müssen zusammenbleiben. Ja, toll, Perry. Hat ja gut funktioniert. Dann komm mit einigen Freunden, you know. Oder wenn du nicht haben, dann komm mit einigen anderen. Weil du nicht schade, nicht spielst du. Okay, nicht spielst du. Ruhm Nummer 2. Find out pages and read it and see what happened to this place. They might tell you what happened and where are you and why are you here. And the last part, have fun. And be careful not to be caught by her. Just be goody careful anyone and have a goody good time and I hope you all enjoy this. Have a goody good time. Thank you. Ach, wir laufen. Wir werden wieder vorforscht von einer Psycho-Zandere oder was? Hat er es gesagt? Ich habe nichts dazu gehört. Aber hast du gehört, Wolfi? Es wird nicht weggelaufen hier. Wo bist denn du? Ich bin durch die Wand gegangen. Ach, die auf der rechten Seite da. Dieses schwarze Flammen-Zeus. Das ist Perry. Die ist hier. Sollt ihr die hier nicht warten? Ach, da. Steht auch hier. So, Perry, wir haben die Regeln gehört. Also, wir sollen zusammenbleiben. Du sollst nicht weglaufen. Das war jetzt das letzte Mal. Wie du guckst. Sonst willst du ans Männchen genommen hier. Habe ich jetzt den Ton ausgemacht gehabt? Ja, habe ich gut. Also ihr habt Ton, ich nicht. Falls irgendjemand irgendwo was sagt, müsst ihr mir das mitteilen. Once you all sit down, then press the button. Wolfi, nichts drücken. Wie sitze ich mich hin? Indem du da drauf klickst. Okay, sitze. Los geht's. Hey, ich stacke in der Wand. Das ist ein bisschen blöd. Bei mir sitzt du noch hier. Oh, Perry, du sitzt immer nah hier bei mir. Wie tief geht das? Oh, 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 oh. Nein, ich wollte... Oh, 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 oh. Ich aufstehe mir, der Vater. Das kennst du doch. Ja, das war versehen. Ähm. Du hast es kaputt gemacht. Ich? Ja, jetzt sind sie böse auf dich. Einfach aufstehen hier. Ähm. Stop down now. Oh. Jump down now. Da stand ganz fett jump down. Ich hab gerade weggeguckt. Okay, ich bin da. So viel zum Thema. Wir bleiben alle zusammen. Kriege ich noch? Nee, du bist nur eelsgroß. Ich fühle mich so klein. Aber ich bin kleiner. Ich bin eigentlich 85, mein Avatar. Du warst ein 2-Meter-Arvatar oder so. Das halte ich auch für ein Gerücht. Ging das nochmal? Quick Actions. 1,75 bin ich. Das kann doch gar nicht sein. Doch. Ich bin 1,43. Bei meiner Beschreibung steht hier Heil 1,85. Vielleicht Mitnahme. Auch das nicht. Jetzt bin ich 1,41. Wie kann ich mich denn auf 1,85 hochsetzen? Mit dem du da draufklickst und das höher skalierst. Und wo geht das? Du drückst R. Ja. Dann drückst du Expressions. Aha. Quick Actions. Äh, ja. Dann Avatar-Höhe. Und dann... Wie bestätige ich... Dass der drauf bleibt? Weiß ich nicht. Weil der übernimmt das irgendwie nicht bei mir. Ich gucke. Krieger zum Schließen steht hier. Ja. Was für ein Trigger. Einfach nur die linke Maustaste. Ja, vielleicht ist... Mag er nicht. Also es ist ein Gelockter, der sich nicht verständigt. Egal. Einfach weiter. Oh. Was ist das denn? Ich bin hier... Was passiert dir bei mir? Oh. Du bist gerade... Du bist gesprungen? Ja, du schwebst gerade in der Luft irgendwie so geistermäßig. Ist es hier wieder normal? Ja. Okay. Dein Stand ist aber so komisch, als würdest du dich ducken oder so. Also du schwebst. Okay. Ich... Ich habe irgendwas gedrückt. Ich glaube, du krautscht. Aber du bist trotzdem mit dem Stehen. Sieht komisch aus. Was haben wir denn da? Wir haben was zu essen. Gut. Ich habe gerade gefrühstückt. Danke. Was ist das da vorne? Kaputte Zellen? Ich gehe links. Hier ist die nix. Jetzt brauche ich was. Ja. Was denn? Ich bin zu... Eingesperrt. Flauschi in der Ecke. Also Wolfi in der Ecke. Hier ist nix. Flauschi ist jetzt unsere Gefangene. Was? Es gibt nämlich keinen Endgegner. Wie sind die Endgegner? Da ist ein Loch in der Wand. Bei Löchern an der Wand musst du aufpassen. Ah. Ich glaube, da muss wirklich... So. Hier ist ein Zettel. Zettel oder Plakat? Warte. Das ist ein bisschen so nah dran hier. Ja gut. Dann nimm du das Plakat. Kein Problem. Ah. Das bleibt nicht. Okay. Warte. Ich wollte ganz... Äh. Willst du es wieder umdrehen? Ich guck mal, wie man es... Wo ist das Plakat? Hast du schon wieder was kaputt gemacht? Hä? Ist das jetzt einfach im Boden? Ja. Du hast es geschafft, ein Senkrechen, eine Witze reinzuwerfen. Eigentlich hätte es uns klar sein müssen. Er hat schon mal einen Diamanten in ein Haus reingedrückt. Ich wollte es umdrehen zum Lesen. Ja, ich habe... Müsst du jetzt neu starten? Wir können doch einfach raten, was da stand. Irgendwas mit... Es ist schon eine Weile her. Mehr konnte ich nicht lesen. Aber vielleicht kriege ich hier mit meiner komischen Funktion von eben. Warte mal. Wo hatte ich das denn? Komm her, du komische Zettel. Warte mal. So. Buch. Wo war der Zettel? Hier irgendwo, wo ich hier stehe? Ja, der ist irgendwo hier runtergeflogen. Okay, warte mal. Durch den Boden. Äh. Kannst du ihn wenigstens lesen? Musst du ihn ja nicht hochnehmen. Warte mal. Jetzt guckt dir Flauschi unter den Rock. Nee, Flauschi guckt jetzt nichts. Irgendwie, warte. Oh, hier, ne? Ich sehe ihn nicht. Ich glaube, er ist einfach ins Nirvana gefallen. Ist die irgendwie in diese Ritze hier rein? Hast du da eine Ritze? Ich habe da einfach einen festen Boden. Okay, ist nichts. Aber es liegt daran, dass hier ist eine... Wo ich jetzt gerade hüpfe, da ist eine Wand und links und rechts davon ist nichts. So, ich komme mal wieder... Genau in diese Wand ist dieser Zettel reingeflutscht. Gut. Gut. Wir wissen nicht, was uns erwartet, aber gut. Dann hat Wolfi jetzt ein Fassverbot. Ja. Oh, hier ist die... Da wären wir wieder. Peri, möchtest du die Fackel nehmen? Weil wir haben nur die eine, die kriegt Wolfi nicht. Hey, du musst die schon an einem Griff anfassen. Nicht in der Fackel direkt. Ja, aber... Ich die jetzt loslasse. Mit dem Mausrad gedrückt kannst du sie auch drehen, aber... Ja, so geht. Ja, lauf mal gern vor, du hast die Fackel. Ich bin bei dir. Aber du musst eigentlich vorlaufen, wegen den Effekten. Ja, wir sind doch zusammen hier. Ja, aber du hast dein Video, also darfst du vorlaufen. Ich sehe alles. Ich laufe neben dir. Ähm. Was denn? Hinter uns. Auch so ein... Nee, ich habe die Musik ja ausmachen müssen. Kann man da schon... Können wir nicht da runterspringen? Wir sollen zusammen bleiben, wie? Wir wissen, dass du immer das größte Handicap einer Gruppe bist. Aber das musst du nicht ausgeben. Das war aber nicht nett. Was soll das hier heißen? Soll ich dich an die zahlreichen Spiele erinnern, wo du das schwieriger für uns alle gemacht hast? Oder die Karte von gerade? Das ist ein bewusstes Calling. Also das ist ein Unterschied. Ich mache die Musik wieder an. Das ist voll doof, so. Ich bin ein... So. Er geht das reiches Mitglied. Wertvoll in der Gruppe. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig mit dir. Vielleicht stand er gerade so, um zu überleben, kannst du nur das und das machen und wir wissen es einfach nicht. Ach, wir haben drei Leute. Das wird ja getestet einfach. Wenn einer drauf geht, dann haben wir noch zwei Versuche. Ach, da seid ihr. Ja, ja, da. Also wir können gerade ausgehen oder wir können gucken, was hinter uns ist. Wolltest du in die Dunkelheit gehen? Ich habe eine Fackel. Okay. Dann lass uns... Die Wolfi rennt schon in die Dunkelheit. Also mit dem möchte ich auch nicht im richtigen Wald, ne? Irgendwo laufen. Hallo, ich bin voll der Beschützer. Hier ist ein Loch. Ja, da springen wir nicht runter. Nein. Oh Gott. Darf ich dich schubsen? Nein. Wir haben die heilige Fackel. Habt ihr das auch, dass bei euch das Bild immer mal wieder kurz schwarz blinkt? Jetzt, wo du es sagst, ja. Das habe ich so alle drei Sekunden, dass es kurz ein schwarzer Blinker ist, irgendwie. Das gehört zum Spielerlebnis. Ah. Äh, hier sind es... Äpfel. Äpfel. Kann man entnehmen. Hunger. Ne. Okay. Hier ist Feuerholz. Schade in der Küche zu sein. Bücher. Die falsch rum im Regal stehen zum Teil. Oh, das triggert mich, ja, ne? Ich kann es leider nicht ändern. Weiß ich erst mal, was ich bei Perry zu Besuch mache. Alles so triggert mich auf. Oh. Luveno, dir sicher sein möchtest, dass du nicht mehr meine Wohnung verlässt, bis alles wieder richtig ist. Ach, ich mache das so, dass du es erst beim Tschüss merkst und dann so drei Monate später immer noch was suchen lässt. Oder wenn du gehst, sagst du, Perry, ich habe irgendwo eine dreckige Socke versteckt und ich werde dir nicht sagen, wo. Was? Oh, meine Ohren! Was? Oh, was stand da? Da war keiner Schrei lauter als, äh... Ja. Hier ist was zu lesen. Finger weg. Was? Ich lese es von dir. Ich drehe es. Ach. So. Ich habe komische Geräusche gehört und einige Leute, die ich kenne, kamen nie wieder zurück am nächsten Tag. What do they want to tell us? Na! Hast du da gerade angefasst? Ich habe es auch gemerkt, das hat gerade gewackelt. Nein, nein, nein. Ich kann nicht meine Fackel dagegen rücken. Und sie wollen uns auch nichts sagen. Aber die Gefangenen sagen, dass sie bald hier ist. Wer ist sie? I don't know what now also I begin to see... Was? Ich weiß... I don't know. Ich weiß jetzt nicht, was... Wolfi, bitte übersetzen. Ich kann jetzt nicht mehr. Ja, Moment. Welche Zeile? Die drittletzte. Äh, 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 sie ist bald hier, I don't know what now also I begin to see... Äh, das ist nicht mehr Englisch. Ja, ne? Das ist komisch. Ich weiß nicht, was jetzt... Also, ich beginne gerade Äpfel und Blut überall zu sehen und überall sind komische Geräusche. Ja, aber dieser Coach, I don't know what now... Ich weiß nicht, was... Da steht ja nicht, ich weiß nicht, da steht ja, ich nicht jetzt... Ja, aber ich denke, da fehlt ein K für... Ich nicht, jetzt, was jetzt, also ich... Ich denke auch, dass das eigentlich ein No ist mit K. Aber da geht eine Treppe nach oben, ne? Ja, hier hoch. Hier blinkt eine Wand. They lie to me. Wer? Weiß ich nicht. Äh, ist Blut. Äpfel. Und Birnen. Er hat überall Blut und Birnen gesehen, ne? Hier geht's weiter, ich seh nix mehr. So was? Was bist denn du? Ein Ofen, oder? Was sollst du sein? Ähm, ich geh da nicht rein. Okay, ich geh vor, ich guck. I did not choose this, they made me join them. Ich hab mir das nicht ausgesucht. Sie haben mich dazu gebracht, mitzumachen. Wie geht da, hier sind das? Jetzt wieder Zettel. Okay. Ich muss noch kurz die Fackel loslassen, ich krieg einen Krampf in der Hand. Ja. Ich sehe, ich sehe immer ein Mädchen, äh, neben meiner Zelle stehen, sending their sad people thing, I am, äh, traurige Leute denken, dass ich verrückt bin, aber, I was not, she, was ist, wer hat denn das geschrieben? Aber, ich war nicht, sie hatte rote Augen. Ich war, ich war nicht verrückt. Sie hatte rote Augen. Ja, da ist aber kein Punkt. Ja, sie musste dir ja selber beitragen. Ich hasse das. Sie hatte rote Augen, äh, ein bisschen blutige Tränen. Ich hab sie mal gefragt, was, was, was falsch ist und sie hat mich angeschaut. Ich muss gehen, ähm, sie hat mir ein teuflisches Lächeln gegeben. Aber sie weinte, wenn sie allein war. Also hab ich sie gefragt, äh, ob sie mit mir ein bisschen sprechen möchte und dann war sie happy. Und jetzt kommt sie jede Nacht, äh, her, like she was so happy, like a cute angel. Und jetzt ist sie so, so glücklich wie ein süßer Engel, äh, aber sie sieht aus wie ein Dämon. Das scheint ja eine ganz tolle Frau zu sein. Aber ja, ask me, will you stay with me, if I show you what I will. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mit ihr zusammenbleiben würde, wenn sie mir zeigt, was sie wirklich ist. Ich war nicht sicher, was, äh, was, äh, an was sie da gedacht hat. Aber natürlich hab ich ihr gesagt, dass, äh, that's what, dafür sind gute Freunde da. Und sie hat gelächelt. Und, äh, that the people keep saying things about her, like she is our Lord. Dass sie, unser, da steht doch Lord, oder? Ja. But I did not tell them. Was that what she told? War das, worüber sie mir erzählt hat? Okay, das hat mich jetzt eher verwirrt, als irgendwas aufzuklären. Ja, äh, das war, äh, dann kommt wieder am Punkt. Und Leute erzählen weiter über ihr, dass sie eben unser Herrscher ist. Äh, aber ich erzähle es ihm nicht, was sie mir was, äh, erzählt hatte. Keine Ahnung, vielleicht ist das so ein satanischer Kult, und sie ist anscheinend irgendwie so der Mord oder irgendwas in der Richtung. Der Lord. Ich würde wenigstens das Blut erklären, was hier abgeht. Und die Häpfel? Die Häpfel sind die Menschen, das Blut ist der Mord. Guck mal hier, kann sie runter springen. Jippie! Ich glaube, wir müssen auch runter, ne? Wir können auch die Häpfel runtergehen? Es ist einfach nur die Abkürzung statt der Treppe, dass... Ist das wieder der gleiche Zettel? Hatten wir den hier schon? Ja. Okay. Bo-long waren wir schon. Das fragst du mich? Ich habe doch keine Orientierung. Wir haben die rechte Seite noch offen. Deswegen haben wir dann den Wolf, mit der er ist für die Orientierung da. Der Orientieren geht los, was ist denn? Ähm, da steht was. Ich war... Ich hab mal gelebt. Hallo. Okay. Okay. Oh, da geht sie einfach und ich stehe in der Dunkelheit. Ah, ah, ah. Da hinten nicht noch ein Zettel. Seid ihr sicher, dass wir hier schon waren? Hier waren wir doch nirgends. Nee. Hier liegen überall Zettel. Ganz viel Story. She was, sie war die auserwählte... Wir haben sie geopfert. Sie war im Käfig, sie hat nur gelacht vor Freude. She was the one to our Lord. Sie war die eine für unseren Lord. Nothing will stop this. Nichts wird das aufhalten. Brennst du gerade meine Brüste an? Jeder wird brennen in der Hölle. Und wir werden die Power haben. Da hat sie mich angefackelt. Dein Arsch ist wie Feuer. Ich hatte die Fackel hier zwischen meinen Brüsten gerade. Nicht nur da. Okay. Ich habe das Gefühl, ich sollte mir einen anderen Avatar nehmen. Was ist hier mit der Zelle? Das ist der Käfig, wo sie... War das der besagte Käfig? Ja, ich denke schon. Lass nicht die Fackel da rein. Wo ist Wolf, geh hin. Wir sollen zusammenbleiben. Wo ist Wolf? Ich wollte gerade sagen, wo ist Wolf? Wolf, gehst hier und wartet auf euch. Wie bist du dahinter gekommen? Sie wird uns befreien. Was steht hier? Es ist mein 23. Tag. Mit dieser Lady. Und sie schreit... Screaming ist aber falsch geschrieben, oder? Ist das ein anderes Wort? Nein, falsch. Und sie schreit nur und hört niemals... Und never stops saying something like... Like... She's coming. She's coming. She's coming. Sie kommt, sie kommt. She's coming. Sie hat ihren Verstand verloren. Und nicht nur ihren, aber jeder Gefangene hier auch. Junge, was? In Gottes Namen. Geht hier vor. Hört ihr das auch? Ja, wir haben das Mädchen lachen gehört. Da vorne. Hast du gemerkt, dass die Lichter nacheinander ausgehen? Also es wird immer dunkler hier. Nee. Ähm, dann sollten wir uns vielleicht einen Tacken beeilen. Wo müssen wir hin? Mit jeder Sekunde, die wir hier verbringen, wird das vielleicht dunkler. Ist das so? Hm. Und wir kommen da nicht durch, ne? Vielleicht kann man da auch durchlaufen. Nein. Kann man vielleicht hier dran ziehen oder so? Nee, ne? Doch. Press. Aha. Liebe Rätselschmer. Siehst du? Wolfe-Orientierung, Eichhörnchen, zum Mitdenken. Und das hier ist ein Hoppel durch die Gegend. Zettel. Hier ist wieder ein Decks für dich. Mein Zellenkamerad. Ich muss das in die Hand nehmen. Boah, ist das nah. Mein Zellenkamerad ist mehr, ist noch mehr komischer. Moment. Ist being more weird and weird also. The others. Also alle sind eigentlich komisch. Like, yes, join the game. Als hätte, würde er da auch mitmachen. I think I don't. Das ist schon wieder No mit, ohne K. Ich weiß nicht, was hier vorgeht. Der, der Wachmann, the God, would, einfach so Rezepte zu verbrennen. Would tell them to show their Wachmann, sagt, die sollen alle die Klappe halten oder sonst kriegen sie kein Essen mehr. But they would say something weird more like my friend said, you will burn and she will save us. Also sie drehen halt alle durch. Auch der Wachmann ist nur am rummeckern. Und auch der Freund sagt, du wirst brennen und sie wird uns retten. Ich habe immer mehr Angst und ich wünsche, ich werde bald freigelassen werden. They are trying to get me in this club. Er glaubt halt, dass er in diesem Club da mitmachen soll. Ich weiß ja nicht, ob das ein Club ist. Ein Club klingt so nett. In mir ist es halt eine Sekte, ne? Eine Apfel-Sekte. Ja, also die essen ziemlich gesund hier. Blutet das bei euch hier auch aus? Oh nein. Doch, da blubbert irgendwas. Jetzt nicht. Das ist der Apfel, oder? Ein spritziger Apfel. Ja. Ich finde das hier sehr gemütlich. Ich meine, ein bisschen mehr Farbe, ne? Ja. Ein bisschen den Boden sauber machen vielleicht. Erinnert mich ein bisschen an den Escape Room, den wir gemacht haben. Da sind wir unter der Stadt, in der Kanalisation unterwegs gewesen. Cool. Und da waren dann auch so Gänge, wo du nur gut trocken konntest, oder nicht mehr zu Hause konntest. Äh, ja. Ah ja, das kommt dann gegen... Das mache ich halt im echten Leben auch nicht. Ja, Jura, das ist der Grund, warum ich mit dir im richtigen Leben im Wald wärde, und ich hör da irgendwo Geräusche, ich wär wahrscheinlich weg, und du, ach komm, lass uns doch mal gucken gehen. Nein. Ah, vielleicht sollten wir uns beseilen. ok ja hinter uns ist was sie sie wird uns befreien und wir haben hier eine abfahrt ich will dich anzünden aber irgendwie schaffe ich das nicht hast du schon mal gemacht da hast du mich geopfert ich wurde okay ich komme dass sie facken kommst du dich hoch doch doch los was ist aufgegangen ganz mit jeder dieser packen das sind alles nur einfach umklick wieso bin ich gerade in die ecke ich kann fühlen dass sie hier ist ich brauche dich so dass ich entkommen kann wird sie uns finden wird es zu spüren wert sein da oben zu oder offen hier ist blut das sieht man gar nicht wenn nur wenn man so richtig hoch und runter da hinten sieht so nach unterfallen aus ist deswegen würde ich sagen erstmal hier wahrscheinlich ist das jetzt so gutes ende als schlechtes ende da brennt die left me to die nach dem kronik der gott seit aller nicht so wie wie er nicht nicht ein gott ich habe mich zum sterben zurückgelassen noch mal 10 los doch mal danach einfach noch mal durch rennen und dann den anderen weg gehen oder ich habe das gefühl wir kommen nicht mehr zurück bin wieso noch kommen wir zurück noch da hinten ist ein weg da ist schrift du hast ganz langer weg du hast ihn getötet und nun werde ich dich töten ich halte diese pentagramme mit wieder auf halbkreisblut hier muss ja hier wer geopfert werden oh 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 na na was macht er mit dem zettel hier nur drauf gesprungen äh leider ist er geflippt äh ich kriege ihn nicht an ich weiß nicht wie sehr ich reden kann äh was ist er killed me das ist doch vergangenheitsform ja sie haben mich getötet das geht doch gar nicht sonst kannst du doch gar nicht mehr schreiben ich bin noch ein bisschen am leben steht da auch aber nicht mehr für lang das blut fließt aus meinem körper heraus und ich werde immer schwächer ich glaube seine augen schließen sich langsam nicht sein face aber ich sehe das blutchen das ist das viel weint siehe tränen blutige tränen von ihrem gesicht herunter fließen und fallen äh ihr gesicht brennt wenn es geht es hier fallen sie verbrennt diesen platz hier ja in mut äh sagt dann dauernd zu mir du wirst nicht sterben ich brauche dich ich ich möchte nicht dass du mich verlässt ich möchte dass du in den himmel komm nein ich werde dich nicht in den himmel gehen lassen ach so rum warum sagt sie denn so etwas ich kann sehen dass sie ein dämon ist aber ich kann nicht wählen sie sagt äh dass sie sich ja mal macht ihn zu töten sicherstellt ihn zu töten äh und wird mich niemals die himmelströhe erreichen lassen ich finde man kann hören dass ihr alle den kopf nach links gelehnt habt dann lest ich brauche dich so dass ich viel endlich mit dir sein kann kann man ja mit dir durchgehen ich habe schon ein bisschen das gefühl unser lover boy und sie haben so ihr special ding und alle anderen werden abgeschlachtet ja aber er will eigentlich gar nicht aber sie will ihn nicht gehen lassen don't let her was evil med lass ihre böse magie nicht raus ja geht nichts ne können wir das nicht oh oh sie kommt da kommst du ich sehe da oben oder da oben da ist irgendwas weißes am glitzern bist du hier rauf gekommen ey wir haben äh ich will nicht da durchgehen wenn ich tue warum nicht sind nur soundeffekte weil man hier über die mauer gucken kann ich gehe da jetzt ist da rechts kein weg und hier kamen wir doch ja es gibt es sind ja noch mehr wege aber hier ist auch noch ah wo da in dieser ecke äh ist da nichts mehr ich habe doch eben noch was gesehen unser licht ist weg ach da also wieder retour und die andere seite entlang komm schon mädel zeig dich mal du hast ihn umgebracht und jetzt and now now mit k ja ja und wissen ich kille dich komm mal wenn du weit genug weg bist von ihr von flashy sieht sie aus als wäre sie der dämon der kat aus der dunkel kommt du siehst du die augen und alles ja wenn man weit genug von dir weg ist sieht man nur deine augen tut die 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 weg die weg eine der suisene für sechs neben da unten steht auch was von wunde fliegt dahinten ja das werden wir aber nicht gewesen spaziergang ich kann mir das actual estate spot zu forschen als was da war einfach der boden weg plötzlich ich habe euch fallen sehen aber ich bin hinterher wenn wenn einer von der brücke springen genau für sowas musst du vorlaufen ja wieso so bin ich doch vorgebraten peri schreit und ich weiß auch nicht toll ich schrei immer wenn ich nicht erschrecken kommt knuddel ist das ein großer apfel ist das das naruto zeichen da ist es so laut das ist doch das naruto zeichen also ich glaube das weiß nicht ob naruto das für sich hatte das weiße ding da ich kann das pressen du hast den apfel dazu gebracht gegen die wand zu schießen ich habe jetzt auch noch mal gedrückt doch hier ist eine treppe gekommen ist das jetzt nur bei mir oder habt ihr hier auch eine brücke beri hast du hier eine brücke drück auf das symbol wir müssen alle drücken hast du jetzt hier eine treppe jetzt habe ich hier eine treppe ich hätte mich fast verloren die mit der einzigen fackel ich bin da die 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 peri geh mal vor du erschreckst dich immer so schön na toll Oh, die Tür geht hinter uns zu. Burn. Also auf links ist da nicht schrift oder Blut oder irgendwas ist da. Da regnet Blut runter. Ja, da ist ein Zettel. Und eine Treppe ist hier. Es war alles eine Lüge. Wir bekommen keine Kräfte. Wir werden schmerzhaft gefoltert, tot gefoltert. Bitte Gott, hilf uns. Hilf meinen Brüdern und Schwestern zu fliegen. Ja, 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 ja. Es war doch klar, dass es eine Lüge war. Ihr kriegt keine Kräfte. Aber hier nebenan ist noch irgendwo... Hier... Nee, wo war es? Irgendwo habe ich doch... Hier ist noch Schrift, ne? Da... 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 Da steht was. Once... Ich habe mal geliebt. Ja... Das Ding ist, bei sowas, du wirst immer geopfert. Es gibt bei den Dingern meistens immer nur ein bis drei Personen, die wirklich die Kräfte kriegen. Alle sind so Bauernlimmer. Ich... Ich habe mich gerade ins Feuer gestellt. Es ist nichts passiert. Nein. Ich will mir jetzt einen Hasen braten. Hot as fire, ja. Ich möchte gerne einmal die Treppe da... Ja. Die, 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 die... Hm? Da ist eine Zellentür. Nix. Da regnet es nur Blut. Also alles ganz normal. Wie? Da zählt schon wieder jemand die Tage. Ah! Hilfe, 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 Hilfe! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Ich kann es... Den Schmerz nicht mehr ertragen! Sie... Genießt es, uns zu töten. Ein nach dem nächsten. Da ist... Es gibt keinen Weg. Ja... Ja... Erik, willst du mal deinen Finger entspannen und mir die Fackel geben? Wenn du darum bist... Noch nicht ganz ausgesprochen wirft sie die Fackel vor meine Püße. Ja... Nehmen. Okay. Man sieht ja gar nicht so viel, wenn man die hier hat. Wo muss ich denn hin? Lauf ich richtig? Hier, ne? Nee. Wieder runter? Ja, wir müssen runter wieder. Seht ihr jetzt jemand? Nee, schade. Wer brennt da denn eigentlich? Da muss doch irgendwas sein, was brennt. Hier, oder? Nee. Oder kann man hier rein? Nee, hier kann man rein, ne? Genau. Wir müssen hier weiter geradeaus. Jetzt habe ich Angst, die Fackel fallen zu lassen. Das sind mal Ketten. Hallo. Oh Gott, wer soll das lesen? Äh... Help us. Äh... Help us. Help us. Help us. Help us, ja. Help uns, help uns, help uns. Wie hat sich diese Insekte, das sie bitte leisten können? Oder wie lange hat das bauen gedauert? Ja, das ist wahrscheinlich von der antiken Zivilisation irgendwie. Die haben diese Räume einfach benutzt. Rechts oder geradeaus? Rechts? Ist einfach nix? Nee. Links oder geradeaus? Da ist was. Da ist ein Zeichen wieder zum Drücken oder so. Ach, dann geht wahrscheinlich die Tür hier auf. Ja. Komisch, das sehe ich auch. Das muss ich nicht drücken, aber die Treppe vorhin ging nicht. Nee. Da ist noch was zum Drücken. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Ja. Jetzt kommt die Heirat. Hochzeit. Ja. Da gibt's nicht die Hochzeitsnacht. Da ist die Tür aufgegangen. Habt ihr hier gedrückt? Mhm. Gut. Vielleicht sehe ich das dann nur nicht. So. Ach du, ich aber auch nicht. Nee, wenig ist man nix. Das klingt, als wäre das zu hinten. Das ist wahrscheinlich hier Schlafzimmer. Ich komm. Die Dame hat als einziges ein großes Bett. Und alle anderen haben so mitkriege Schäbe, die Dinger. Die anderen hatten irgendwie gar keine Betten gefüllt. Hier ist was aufgegangen. XO, XO. Hallo. Ah, was haben wir denn hier? Ja. Fox. Ah. Das ist wie wir sie killen werden. Die Mitte und der Chosen wird bereit next zu. Oh, da. Das ist ganz so. Seit der Presse merken. Don't move. Und die Schmerzen. Die frierende Boys. Das kommt. Die kommt von Dinga. Help us. Don't move? Also. Das ist ein Plan, wie wir sie töten. In der Mitte. Und der Auserwählte oder die Auserwählte sollte genau daneben sein. Nimm die Box. Nimm die Box. Nimm die Box. Und du kannst halt sehen, wenn alles so breit ist, dann presst du eben die Makel. Und nicht bewegen. Das ist unsere einzige Chance. Dann können wir alle früh sein. Und die Seelen der Jungs vom Dämonenmädchen helfen uns. Also wahrscheinlich die toten Seelen helfen uns, die zu bekämpfen oder so. Sind das vielleicht zwei verschiedene Weiber gewesen? Einmal das Dämonenmädchen und einmal das was auch immer hier? Nee, also ich glaub, die hatte einfach so ein bisschen diese zwei Persönlichkeiten-Dinger, you know. Ich drück mal ja. Und einer muss sich opfern, oder? Aber worauf warten? Wie denn? Wo kannst du ihn drücken? Da hinten in der Ecke. Ja, drück mal. Ich steh hier halt. Also sie hat nichts. Müssen wir die da nicht erst hinlocken und dann drücken? Wahrscheinlich. Aber wie? Das ist so ein Zeichen, dass wir die da erstmal in den Kreis locken müssen. Vielleicht müssen wir die anlocken und dann jagt die uns oder so. Aber wo ist sie? Ja, sie wird mal in der Dunkelheit tippen. Also falls sie läuft, dann... Einfach hier hin. Dann dahin. Wahrscheinlich muss einer da stehen und die anderen locken sie so rein oder so. Ja, dann lauf ich hier hin, damit sie auch, ja, hier lang läuft und hier drückt dann. Aber eigentlich müsste das doch auch allein gehen. Also wenn du hier durch die Mitte rennst, die dürfte eigentlich nicht so schnell wie wir sein. Hm. Wir werden sehen. Mein Mikrofon macht sich dauernd selbstständig. Das geht dauernd wieder nach oben. Ich muss da mal irgendein Gewicht dran machen. Ja, das Problem hatte ich mit dem Scheißding auch. Ich hab das jetzt... Ich hab ja einen neuen Schreibtisch und ich hab das Mikrofon oben dran und nicht mehr unten. Und jetzt muss ich mal runterziehen. So, wo seid ihr denn? Wo gehen wir denn hin? Irgendwo in die Dunkelheit? Ja. So. So groß kann sie ja nicht sein, wenn sie dann hier ja durch die... Naja, wir passen auch da durch. Du nicht, aber wir. Das hier, waren wir hier schon? Ich hab... Oder kamen wir hierher? Äh... Da kamen wir hier. Da kamen wir... Okay, dann... Was gibt's denn hier noch? Nur noch... Nix. Da, oder? Ja. Achso, da. Muss die Peri... Wähle Weiße oder Sterbdum. Was? Stand das irgendwo? Nö, das hab ich jetzt free. Achso. Ich glaub, hier waren wir schon. Hm, ja, hier waren wir schon. Ja, hier waren wir schon. Hier bin ich hoch. Dann sind wir doch nicht aus dem einen da gekommen. Außer, das sieht identisch aus, falls der Copy-Case gemacht hat. Nö, da waren wir schon. Hier war ein Löcher. Etwas... Das war eine Lüge. Ne, Leute. Sie haben mich angelogen. Das war alles eine Lüge. Ja, Alter, kommst du jetzt mal hier raus? Oder ist das los? Also wenn sie jetzt kommen würde, wären wir ein bisschen am Arsch. Hier sind Sack. Hier sind Sack. Oh, da geht's runter. Ja. Also das mit dem Anlocken in die Mitte, das kriegen wir ja gar nicht mehr hin. Dann können wir erstmal den Weg wieder finden. Ja, das ist immer mein Problem. Zu weit weg und dann, äh, wo ist denn der Weg? Was war das? Äh, da kommt irgendwas. Okay. Ja, dann würde ich weiterlaufen. Ihr könnt auch gucken, während ihr euch rennen. Werd ihr euch umgucken? Das erinnert mich jetzt wieder an die eine Map, wo wir die ganze Zeit den Weg gelatscht sind. Ja, die wird schneller. Was schreit die denn jetzt so? Seid ihr noch da? Was? Ja. Ja. Vorsicht vor dir! Ist wieder so ein Altarring, oder? Ja. End her now. Ah, hier können wir sie abfahren. Ja, gut. Was passiert, wenn man das drückt? Wahrscheinlich enden wir uns selber, oder so. Ich hab drauf gedrückt. Stop it, stop it, stop it! Ähm. Ähm. Ja. Ich hab' ich nicht mehr. Ah! Oh! Wie seid ihr tot? Ist ein bisschen alle tot. War das richtig? Ich glaub' wir haben uns so einfach selber geopfert. You don't know what happened, ja. Ja. War wahrscheinlich auch von ne, so und etwa. Du weißt nicht, was passiert ist, Stuart. Aber du warst der junge, that the demon girl was, was das Dämonen-Girl da behalten wollte. You are just living the same thing. Du erlebst das gleiche einfach immer und immer wieder. Und du kommst einfach niemals raus und sie wird dich auch nicht lassen. Das sind so ein täglich cooles Murmeltier-Ding und alle Schriften sind vom Jungen. Ja, wir waren der Junge, der da mit dem Dämonen-Mädchen in seiner Zelle gesprochen hat. Das ist creepy. Aber wieso war denn das so gemacht, so hier lock sie auf die Mitte? Das klang so als hätten wir mit ihr da langlaufen und dann das Knöpfchen drücken. Ja, es gab aber nichts außer Wasser, ne? Check out my order goody words. Snow in the stars, long way from home, forest of Nibble. Ja, das sind andere Maps, Frieda. Ja. Ich hab zum Schluss die Fackel fallen lassen, obwohl ich gedrückt hab. Tja. Das war's dann mit dieser Map.